Hat's da grad an der Tür geklingelt? Ja, so wie in eurem Tor später. Bitte was? Echt nix. Geh und mach auf. Hallöchen, Dortmund. Und? Wer ist es? Ah, nur der Punkte-Lieferant. Ja, ja, darf ich dir was anbieten? Du wirst ja nicht lange bleiben, denke ich mal, oder? Nee, Quatsch. Das glaub ich auch nicht. Entschuldigung, also wenn ihr weiter so frech seid, dann kacken wir euch mal ins Wohnzimmer, Dortmund. Ne, 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 untersteh dich, Bremen. So was macht man nicht. Dann reiß dein Maul mal nicht so weit auf, du schwarz-gelbe Sumsi-Bienchen. Dürfen wir doch wohl, haben wir uns verdient. Wir führen mit 2 zu 0. Das ist sehr solide. Aber Achtung, Fußballweisheit, es ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Aber es ist Minute 89, Diggi. Was soll da noch groß passieren? Gut, ein Türchen in Ehren, das kann niemand verwehren. Egal. Oh fuck, nee, wie ist das denn jetzt passiert? Nee, nee, das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren! Howei, 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 nimmt der Punkte-Lieferant die Punkte einfach wieder mit nach Hause, wa? Aber wie kam das? Ja, wie gesagt, da haben wir euch ordentlich in euer Wohnzimmer gekackt.